In Hollywood die Liebe des Lebens finden? Für die meisten Schauspieler ein unmöglicher Gedanke. Doch die US-amerikanische Schauspielerin Jenna Dewan Tatum ist das beste Beispiel dafür, dass sich aus zunächst gespielter Liebe etwas ganz Großes entwickeln kann. In einem Instagram-Post feierte sie heute den 10. Jahrestag ihrer Beziehung. 2006 lernte sie ihren jetzigen Ehemann und Schauspielkollegen Channing Tatum im Tanzfilm Step Up kennen und lieben. Doch die beiden sind nicht die einzigen, die sich während Dreharbeiten ineinander verliebten. Auch Schauspielerin Jennifer Aniston lernte ihren Ehemann Justin Thoreau während den Dreharbeiten zum Film Wanderlust der Trip ihres Lebens kennen. Seit vier Jahren sind nun auch Natalie Portman und Benjamin Milpier verheiratet. Dank des Films Black Swan sind die beiden nicht nur ein glückliches Paar, sondern auch seit 2011 stolze Eltern eines gemeinsamen Sohnes. Wer hat noch die große Liebe am Filmset gefunden? Weitere Turteltäubchen findet ihr auf Justy.